Herzlich Willkommen, liebe Gäste! Wir freuen uns, dass Sie heute ins Gemüntner Fischerteater gekommen sind und unser musikalisches Märchen Hänsel & Gretel zu sehen. Sie kennen vielleicht die Märchen-Opa von dem Komponisten Engelbert Humparding. Wir zeigen Ihnen heute eine völlig neue musikalische Opa von dem spanischen Komponisten José María Porto, der seit vielen Jahren für unsere Theaterstücke komponiert und spielt. Vielen Dank! Mama! Papa! Wie sind Sie nur? Oh, da liegt hier ein Zettel. Liebe Hänsel, liebe Gretel, wir sind schon mal in den Wald gegangen. Holz und Reise zusammen. Hänsel, es gibt noch Wesen zu bringen. Und Gretel, du wirst die Wäsche waschen. Und es gibt noch Socken zu stopfen. Beeilt euch, wir kommen bald zurück. Liebe Grüße, Mutter und Vater. Ach, so viel Arbeit! Und Gretel schläft immer noch. Gretel, wacht doch auf! 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 Die Sonne geht auf und die Erde erwacht. Es wird langsam hell, es verschwindet die Nacht. Und früh, wenn sie singen am Morgen ihr kleines Lied. Ich freu mich und frag mich, was heute alles noch geschieht. Steh doch auf und komm raus. Lass mich nicht allein. Nun sieh doch den hellen Sonnenschein. Die Wäsche, sie wartet hier auf dich. Steh auf, sonst schaffst du deine Arbeit heute nicht. Die Sonne geht auf. Und die Erde erwacht. Es wird langsam hell. Es verschwindet die Nacht. Die Sonne geht auf. Und ich bin so froh. Der Himmel ist blau. Und ich bin so froh. Und ich bin so froh. Ich bin so froh. Und ich bin so froh. La 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 Die Sonne geht auf Und die Hand so froh Der Himmel ist blau Komm endlich raus zu mir. Der Himmel ist blau und ich bin so froh, doch es fehlt uns an Geld und an Wut. Komm endlich raus zu mir. Komm endlich raus.